Das REGIO TV Plus, jetzt der für euch in Ersch und zwar bin ich bei Martin von Neu, bekannt und berühmt für Herrenmoden in allen Lagen. Martin, sind die neuen Modelle hier? Die neuen Herbst-Winter-Modelle sind hier in einer grossen Auswahl, die wir in allen Grössen vorhanden haben. Ja, aber jetzt, du hast gesagt, ich muss hierher kommen, ich mache ein Apero. Was läuft? Es läuft jetzt nächstes Wochenende. Parallel zum Weihnachtsmarkt haben wir wieder unser Dessierungs-Wienachts-Apero, wo wir alle unsere Kunden und Freunde gerne einladen würden. Mit einem Apotofoe im Höfli. Gut, jetzt haben wir selber einen Eingelegt. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, man kommt Kleider zu probieren, das kann man dann aber auch. Das kann man gross und gerne, und das zeigen wir auch gerne, ich und meine beiden Mitarbeiterinnen. Wunderbar, und ihr seht schon, Martin hat... Halt, 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 stopp! Chef, hast du etwas vergessen? Bei jedem Kunden, der kommt und einen Einkauf hat, gibt es eine wunderbare Überraschung. Hey, tipptopp jetzt mal in einer Blitzartung und fährst zu Martin von Neu und schaut mal die Kittel an. Bohe... tracks... 나쁜